Yo, yo, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, hier brennt gerade schon wieder alles ab, die komplette Stadt ist schon wieder am Brennen, aber darum geht es in diesem Video nicht, es geht nämlich um das 25.000 Abo Special. Viele von euch wünschen sich ja ein FAQ, also das heißt, ihr stellt Fragen und ich beantworte diese. Und das können wir auch gerne machen, ihr schreibt einfach schöne Fragen in die Kommentare und die beantworte ich dann im nächsten Video, das dann morgen um 14 Uhr erscheint. Also ihr habt 24 Stunden Zeit, die Fragen aufzuschreiben und dann picke ich mir so ein paar gute Fragen da raus und dann erfahrt ihr auch wieder die Antworten, die ihr wissen wollt oder wissen möchtet. Und je nachdem, kommt drauf an. Ja, auf jeden Fall spiele ich gerade noch Emergency 4 mit einem ziemlich coolen Mod. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Steht das nicht hier? Ich weiß gar nicht, wie der Mod heißt, aber das spielt ja auch gerade keine große Rolle. Und ich wollte eventuell heute Abend streamen. Wenn alles klappt, dazu poste ich auf jeden Fall noch ein paar Infos in der Skype-Fangruppe. Tretet einfach über den Link hier in der Videobeschreibung der Skype-Fangruppe bei. Dann erfahrt ihr auch weitere Infos, wann zum Beispiel gestreamt wird oder nicht. Natürlich kann ich es auch auf Twitter und Facebook posten, kein Problem. Und das Spiel wäre dann Emergency 4. Und ich hoffe doch, dass es ganz geil wird. Und wenn ihr mehr von Emergency 4 haben wollt als Videos, weil ich meine, diese Mod macht jetzt riesen Spaß, dann lass mal diesem Feier-Nice-Video einen Daumen nach oben und dann kann ich das auch gerne öfter bringen. Und eine kleine Info zum Feuerwehr-Einsatzführer V25. Der kommt in der nächsten Woche schon mal nicht. Erst danach irgendwann, weil ich nächste Woche Prüfungen habe. Und die ist wichtig. Deswegen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video oder im Stream wieder. Macht's gut, ciao.